Das ist schon echt erstaunlich. Die Frage ist, ob der Spiegel irgendwie etwas mit uns macht. Weil es ist nämlich genau die Frage mit der Wahrheit. Sehen und Ernten, sozusagen, was ist mehr wert? Ein Samenkorn oder eine Pflanze, die im Herbst dann sozusagen durch ist? Weil eigentlich nur ein Zeitwert dazwischen hängt. Ein Jahr halt, bis die Pflanze sozusagen selber 60 Dienstpunkte macht. Ja, toll. Genau, der Spiegel verändert uns. Schön, dass wir waren. Oh, eigentlich habe ich mir zugezüglich erschlafen. Aber die Lebenszeit hat es uns von Gott gegeben. Deswegen ist sie eigentlich nicht eintauschbar. Der ist echt verwirrend, eigentlich. Was ist denn ein Tausch? Ich will mich nicht so primitiv aufhalten. Wenn ich nur etwas glaube, ich will es wissen. Ich bin ja zu doof. Ich will es nicht brauchen. Ich will es verschenken, oder doch? Ja, jetzt zählen wir uns sonst schon seit sechs Jahren, oder jetzt zählen wir uns seit sechs Jahren? Na, ich hätte jetzt eine kapitalistische Grundlage angenommen. Ich will es halt nicht immer verschenken. Ich glaube wahrscheinlich nicht, das. Okay, ich baue jetzt mal eine Struktur und eine Idee drauf auf. Das heißt, wenn jemand seiner etwas gerne tut. Das ist ja das Wichtigste. Dass man etwas tut, was man gerne macht. Und das Produkt, oder das Sein, das man etwas gerne macht, das schenkt man. Aber man veräußert es nicht. Das ist ja der Unterschied. Dass man sozusagen nicht etwas gibt, was man braucht. Frag mich doch mal, wie komme ich denn durchs Leben? Es gibt doch auch, es gibt doch, es gibt doch dieses, du bekommst nicht alles umsonst. Weißt du? Irgendwie angeblich, es muss immer einen Gegenwert geben. Das ist doch auch so ein Dogma, ja? Ich bin der Überzeugung, ich gebe. Ich gebe einfach nur, weil ich nicht mehr als geben will. Denn alles, was von mir kommt, ist reine Liebe. Und was kann ich ein anderes tun, als meine Liebe zu verschenken? An jeder dieser, an jeden, der sie haben, haben kann, will. Fähig ist, sie anzunehmen. Ja? Ja, will ich doch ja nicht. Ja, du weißt ja, das ist manchmal schon ein bisschen schwer, du. Das Geschenk deiner Liebe anzunehmen, weißt du? Du musst aber nicht mal ab und zu mal machen. Allein, dass ich dir meine, das Wichtigste, das Wichtigste, was ich besitze, ist nämlich meine Aufmerksamkeit. Allein, dass ich dir, dass ich dir das zuteilen werden lasse, ja? Das zeugt schon von enorm, enorm viel Liebe. Das ist ein ganz schön schwieriges Ding. Deine Aufmerksamkeit, dieses Kostpost, was du besitzt. Ja, nein, das ist ja meine Lebenszeit, meine, meine... Nein, deine Aufmerksamkeit, nicht deine Lebenszeit. Nein, nein. Deine Aufmerksamkeit. Nein, die Aufmerksamkeit und Lebenszeit ist ja... Lebenszeit spielt keine Rolle, du bist unsterblich. Du bist eine unsterbliche Seele, die hier auf dein ehrlichsten Körper bewohnt. Kapierst du das endlich mal? Ja, jetzt ist es schon kapiert, aber du bist jetzt hier nicht immer in meinem Anstand, weil du nicht im Problem bist. Ich weiß nicht, ob ich auch wieder verstehe, wenn du hier probierst. Ja, ich weiß nicht, ob du jetzt vielleicht provokativ darf, wenn ich es kapiere, ja? Oh, der Song ist echt gut, muss man mal sagen. Ja, Aufmerksamkeit. Aber wie der... Ah, hier ist der. Positive Aufmerksamkeit kann man verschenken, negative nicht. Die kann man selber behalten. Wenn man jammert, kann man lieber halten, dass die jammert. Ja. Das Geheimnis guter Musik besteht darin, ein Thema von vielen Stimmen singen zu lassen. Das ist schon ein bisschen wichtig. Das ist ein Thema von vielen Stimmen. Und das ist ein Thema von vielen Stimmen. Das ist ein Thema von vielen Stimmen. Vielen Dank. Bei mir ist es warm. Kann man komforttauschen durch deine Aufmerksamkeit. Bei mir ist es warm. Juhu! Du kannst dir erzählen, was du willst. Es ist immer Lefty Jane dabei, ne? Die Jane ist immer am Start. Die Jane, die, die Jane. Genie! Na ja, egal. Wunderbar, Genie! Was ist das, was ich mal tun wollte? Ich weiß es jetzt. Na ja, ist eine Form der Moderation. Krass! Ich hab sie doch geknackt. Am Ende war sie dann doch zu schwach. Ich dachte, das war die Haare. Ich weiß nicht, wie ein Intellektuelles Sexismus ist. Weiß nicht, wie ein Intellektuelles Sexismus ist. Oh, ich muss das. Wir haben uns noch nicht mal 22.05 Uhr, wenn du daheim warst. Mei, du weißt halt für den Tag. Mei. Die Frage, isst man, wenn man alleine ist oder isst man, wenn man zusammen ist? Die dessen bin ich echt ein Fieser. Da heißt sie der Jörg-Lothar-Reschke-Festionale. Überhaupt nicht die These, dass er nur echt ist, wenn er alleine ist. Aber das ist doch totale Lüge. Kollektivismus ist gegen die Freiheit. Soll man ja begreifen? Oh ja. Oh ja. Hier daneben, gleich andere, oder? Ist doch vollkommen so ungerutscht. Oh. Weil wenn mich jemand keiner wahrnimmt, existiere ich nicht. Oh ja. So schön. Weil nur subjektiv überhalten. Weiß mal mit dem Körper so. Mach das Körper mal wieder mal aus. Ich weiß nicht, ob ich so das sehen kann. Ich weiß nicht, ob ich so das sehen kann.